Ein Audi A6 steht hier zum Verkauf. Der schwarze Kombi hat fünf Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 100.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2007. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Finsufix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Diesel eine satte Leistung von 232 PS an das Automategetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 8,6 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017